Also wir hatten zu DDR-Zeiten also noch, da gab es auch schon Skinheads, haben wir ja gesagt damals, die rechte Szene, die mit uns nicht gut standen. Wo es auch, wenn die aufeinander getroffen sind, wo es auch immer Ärger gab oder Schlägereien gab. Das war Gott sei Dank nicht ganz so oft gewesen. Ich bin einmal in so eine Schlägerei mit reingekommen, wo ich mich erinnern kann. Und nach der Wende hat sich manches, was sonst Metal war oder Metal-Fans waren, ein bisschen auf die rechte Seite orientiert. Also das ist mir aufgefallen. Dann sind auch die langen Haare weg gewesen. Dann war dann eben Glatze da oder so. Und dann ist dann eben auch richtig offiziell gesagt worden, also ich bin jetzt auf der Skinhead, Hooligans, was weiß ich, so die Richtung auf der rechten Seite mehr. Also ich kann jetzt zum Beispiel von einem Kumpel reden, aus Arnstadt war der. Den habe ich nochmal in Neuhaus auf einem Konzert, ich glaube Tengard oder so hat gespielt, dort getroffen. Und er hat mir dann seine Lederjager geschenkt und hat gesagt, er braucht es sowieso nicht mehr. Er ist jetzt in einer anderen Szene. Also auch die Haare dann weg und so. Das ist das, was ich jetzt sagen kann. Aber bewusst wahrgenommen habe ich das jetzt nicht, dass es da irgendwelchen Ärger gab oder so. Das kann ich jetzt von meiner Seite jetzt auch so nicht sagen. Also jedenfalls, jetzt sind ja so die ländlichen Regionen in Thüringen. Ich glaube, das kam dann alles etwas später, bis das dahin geschwappt ist. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt.